Hi Leute, herzlich willkommen Sonntag Safe Game Tag. Wir sind wieder zurück und heute haben wir einen Safe aus England für euch. Und zwar aus der sehr sehr schönen kleinen Hafenstadt im Süden Englands aus Brighton. Und zwar gibt es da Brighton Hove in Albion und das ist ein kleiner Club, den der Flo anscheinend durch eine Schulreise ins Herz geschlossen hat und deswegen wieder zu Erfolg oder generell mal zu Erfolg führen wollte. In echt sind sie ja abgestiegen, was er zumindest so geschrieben hat. Ich war mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob die nach oben sind. Und ja, sein Ziel war es quasi mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben und das ist ihm auch im ersten Jahr sehr sehr gut gelungen, wie wir hier sehen, mit Platz 8. Und jetzt lese ich mal kurz vor, was er so geschrieben hat. Also, warum hast du dich für diesen Verein entschieden, hat er geschrieben. Seit ich vor sechs Jahren mit unserer Gymnasiumklasse auf Sprachwoche in England war, sind wir an einem Tag nach Brighton gegangen. Ja gegangen, war nach nur drei Stunden Fußmarsch. Wunderschöne Stadt und da wir Freizeit hatten, haben einige Fußballbegeisterte von uns mal nachgeschaut, welcher Fußballklub hier unterwegs ist und seitdem supporte ich den Verein. Ist auch mein Lieblingsklub in England und war natürlich happy, als sie in die Premier League aufgestiegen sind. Und was war dein Ziel in dem Spielstand? Anders als im Real Life wollte er mit dem Abstieg den großen Teil der ersten Saison nichts zu tun haben und langsam Richtung Europa marschieren. Was ist ihm gut gelungen? Klingt unspektakulär, aber ich bin zufrieden, wie ich Geld gemacht habe, da ich mir das um einiges schwerer vorgestellt habe. Etwas Außergewöhnlicheres, bin zufrieden, dass ich Halilovic wieder etwas interessanter gemacht habe, in Sachen Marktwert von Vereinslos auf zwischenzeitlich 20 Millionen mit Laien zu Dynamo, wo er Champions League spielte. War auch interessant, da mein Bruder parallel das gleiche mit ihm bei Leeds versucht hat und das hat überhaupt nicht geklappt. Was würdest du in Zukunft gerne besser machen? Mehr englische Spieler verpflichten, entweder wollten die Vereine nicht verkaufen oder die Spieler haben aus anderen Nationen einfach mehr überzeugt. Mehr auf die eigene Jugend setzen, wobei ich sagen muss, dass es meiner Jugend wirklich nur, so hart es auch klingt, absolut rotze kam. Flexibler mit der Taktik spielen, er hat sich zu sehr auf ein System fixiert. Kurios im Safe Game, definitiv Danny Wellbeck. Der ist am Anfang Vereinslos. Hatte ich anfangs auf der Bank, da ich ihn alt fand und dachte, Maupay und Antone liefern besser als er ab. Aber wenn man auf seine Statistik schaut, könnte man meinen, der hatte seinen zweiten Sommer hier. Unter anderem mit der Auszeichnung European Golden Boot in der Saison 22-23. Kurios fand ich, wie Manchester United manchmal rasiert hat, war schon nahezu unheimlich. Okay, müssen wir anschauen. Anmerkungen, In-Game-Editor wurde benutzt, um unter anderem Namen von Hansi Flick und Andrea Pirlo zu ändern, da trotz tausenden Versuchen bei einigen den Namenfalls nicht geklappt haben und bei anderen wiederum schon. Da ich ziemlich ungeduldig bin, was das angeht, habe ich da eben etwas nachgeholfen. Danke für die Erklärung. So, gut. Das heißt, wir haben es hier so gesehen. Er ist auf Platz 8 gelandet. Knapp einen Punkt hinter den internationalen Plätzen. Heftige Absteiger mit Leicester und West Ham, muss man ganz ehrlich sagen. United for Chelsea, City und Liverpool. Das heißt, die Top 4 hat sich da ordentlich abgesetzt. Danach heißt Arsenal und Everton. Die Spurs nur auf 11. Wahnsinn. Im Jahr darauf sehen wir von den Absteigern her jetzt vielleicht nicht ganz so prominent mit West Brom, Burnley und Crystal Palace. Und er hat es in die Champions League geschafft als Vierter. Wobei wir sehen hier 69 Punkte. Im ersten Jahr hat er 50. Also er hat sich ordentlich gesteigert. Die anderen waren aber auch etwas schwächer in der Saison, wenn man sich so die Punkte anschaut. Also vor allem, wer hat er ausgelassen? Manchester City ist abgerutscht, so wie es aussieht. Die anderen drei sind oben geblieben. Tottenham ist wieder ein bisschen rangekommen. Dann sehen wir, er hat es wieder in die Champions League geschafft. Wieder City hinter sich gelassen. Tottenham wirklich nur mehr so ein Mittelfeldklub. Unfassbar eigentlich. Und das ist jetzt die vierte Saison. Also er hat geschrieben, hoffentlich zählt es, weil ich habe ja auf meiner Website stehen, dass mindestens vier Spielzeiten gespielt werden müssen. Aber ich zeige es jetzt einfach mal trotzdem her. Also da sehen wir auf jeden Fall, dass er momentan wieder auf Kurs ist. Das heißt, oben mit dabei und international dürfte es wohl auch klappen. West Brom überrascht gerade ein bisschen. Und West Ham ist scheinbar wieder oben. Lester auch wieder. Sehr schön. Gut, zusätzlich ist er scheinbar noch englischer Nationaltrainer. Jetzt zeige ich euch nur ganz kurz seine Karrierestatistik, weil da kann man ganz gut nachschauen. Hier sehen wir, dass er England übernommen hat. Acht Spiele, acht Siege. Das heißt, das läuft ganz gut. Gut 31 zu drei Tore. Das ist natürlich auch nicht gerade schlecht. Und jetzt schauen wir mal auf seine Transfers, die er so getätigt hat. Da werden wir jetzt natürlich im Vergleich zu anderen Safe Games wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute kennen. Da haben wir den Alain Halilovic, den er erwähnt hat. Für Brighton selbst hat er noch nie gespielt. Also er hat ihn anscheinend drei Jahre lang zu Dynamo Sackler verliehen. Und jetzt an den FC St. Gallen. Marktwert 22 Millionen. Das heißt, so wie er gesagt hat, hat er sich tatsächlich nicht so schlecht entwickelt. Was man halt sagen muss ist, er hat hier zum Beispiel absolut geniale Fähigkeiten zum Teil. Am mentalen Bereich siehst du, dass er große Schwächen hat zum Teil. Und in der Physis ist es eigentlich okay. Er hat nicht viel Kraft, er ist halt auch nicht der Größte. Aber dieser mentale Bereich ist halt gerade bei solchen Supertalenten, die so technisch so gut sind, oft dann auch ein Problem. Da sieht man, wie wichtig diese mentalen Fähigkeiten auch sind. Aber er hat sich trotzdem ganz gut entwickelt, muss man sagen. Also zumindest in der kroatischen Liga ist er ganz gut angekommen. Und jetzt in St. Gallen von den Durchschnittswertungen her ein bisschen schlechter, aber trotzdem nicht so schlecht. Thomas Tavares, Rechtsverteidiger, den hatten wir natürlich letztes Jahr bei Malaga glaube ich was. Bin ich sehr angetan von, cooler Spieler. Der aber hier jetzt in dem Safe nicht so stark ist, wie er bei Malaga war. Das heißt, der hat ihn dann an die Arminie verliehen, an FC Sydney auch ein sehr interessanter Wechsel. Und jetzt ist er bei Benfica Lissabon zurück. Spannend. Dann hat er sich zwei aus Schweden geholt. Manasse Kuzu. Den hat er momentan auch verliehen. Und Johannesson, der ist bei ihm super starker Isländer. Den hat er sich am 1.1. geholt und der ist richtig gut. War glaube ich ein ganz guter Transfer. Wen hat er hier verkauft? Also verkauft er dann nicht viele. Sehr, sehr viele Spieler verliehen. Aber du kannst halt auch davon ausgehen, dass du dir hier natürlich viel Gehalt sparst. Also das ist schon ganz cool, wenn du zu viele wegbekommst. Dann Hamza Chuturi. Den kenne ich gar nicht, oder? Von der Frisur her kommt er mir bekannt vor. Ich glaube, den habe ich mal beim Spiel gesehen bei Lester. Ja, das kann sein. Aber vom Namen her sagt er mal gar nichts. Schlüsselspieler bei ihm. 34 Millionen Marktwert. Cooler Typ. Auf jeden Fall sehr aggressiv. Aber auch gute Tackling-Werte. Das heißt, die gelben Karten halten sich dann wahrscheinlich. Fünf Gelbe in zwölf Spielen. Und in der Champions League auch schon gesperrt mit gelber Karte. Naja gut. Aber solche Spieler kann man natürlich auch sehr, sehr gut verwenden. Doan, natürlich auch sehr spannend. Momentan auch auf der Transferliste bei ihm. Also vielleicht nicht überzeugt. Mikhail Cenkow. Sagt mir gar nichts. Mit Leuten bei Ajax. Dann Munoz. Real Sociedad. Noch immer bei ihm. Stammspieler. Sehr offensiver Außenverteidiger. Bringt einiges mit. Eric Garcia hat er sich geholt. Wow. Super Transfer. 51 Millionen Marktwert. Das ist natürlich sensationell. Ist er nicht in echt zu Barca gegangen? Ich glaube, oder? Also wieder zurück zu Barca quasi. Dann hat er in Serbien gescoutet. In den Marktwert von 9 Millionen. Ein bisschen heftig für den. Hat anscheinend keine Arbeitserlaubnis erhalten. Dann Matthäus Martins. Dem wurde scheinbar auch nichts. Ante Cozina. Aber hat er sich viele Spieler geholt, dass denen nicht unbedingt was wurde. Magnus Matzon. 15 Millionen Dynamo Moskau. Sehr spannend. Den müssen wir uns jetzt genauer anschauen. Den hatten wir ja in beiden Saves. Also da sehen wir, für Brighton hat er nie gespielt. Generell einige Spieler geholt, die du nie spielen hast lassen. Oder wie war da deine Taktik? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen in den Kommentaren ausführen. Timo Fifo Soumenza natürlich eigentlich ein spannendes Talent, aber man sieht hier, dass der nicht so wirklich aufgeht. Das habe ich jetzt schon öfter gesehen. Oder zumindest nicht überall. Carlo Lika. Ein junger Belgier. Auch nicht wirklich gut. Ansgar Knauf hat er sich gegönnt. Hätte ich mir ehrlich gesagt jetzt auch mehr erwartet. Von den K-Bus. Keine Arbeitserlaubnis bekommen. Also da waren schon viele Transfers dabei, die du dir sparen hättest können. Muss man ganz ehrlich sagen. Leif Davies. Den kenne ich auch mittlerweile bei den Hips. Auf jeden Fall hat er in dem Jahr irrsinnig viel Transfer plus gemacht. Bisuma nach Portugal verkauft. Webster. Da war sicherlich auch einige Spiele losgeworden, die er nicht mehr unbedingt gebraucht hat. Der hat aber echt ordentlich umgebaut in dem Jahr. Aber es wird sich wahrscheinlich auch ausgezahlt haben. Luka Modric hat da Ablöse freigeholt. Natürlich ein cooler Transfer, so wie bei uns mit Thiago im Moment. Bei 1860. Sieht man auf jeden Fall, das sind jetzt nicht die Besten. Das ist der klassische Co-Trainer-Transfer eines großen Namens, so wie ich Ronaldo zu Nizza geholt habe. Von den Fähigkeiten her bringt er eigentlich nichts mit. Aber wenn man die Möglichkeit hat, muss man es irgendwie machen. Adam Locek hat das sich geholt. Das ist so das FM-Talent im Moment eigentlich. Und durch die starke EM. Ja, bin gespannt, ob er wirklich noch bleibt oder ob der jetzt mal den Schritt ins Ausland wagt. Er ist in echt ja noch sehr, sehr jung. Also gut, er ist auch noch jung. Dann La Quintana. Ein Uruguayiner, der nicht so ganz funktioniert hat. Trainiere, den kennen wir. 46 Millionen Mark, wird nur Rotationsspieler vom Vertragsstatus her, aber von den Fähigkeiten her absolut sensationell. Was ich bei dem beeindruckend finde, ist, dass der 1,95 groß ist, aber trotzdem so ein super Dribbler. Ja, also das ist ziemlich cool. Dann, wow. Franco Dongia sagt mir gar nichts. Aber ein sehr interessanter Spieler. Er ist 21 Jahre jung. Also da sind dann einige Transfers ganz gut aufgegangen bei ihm. Da ein griechischer New Gen. Keine Arbeitserlaubnis, deswegen wieder verliehen natürlich. Derek Mitchell, junger Engländer. Viel Potenzial. Das war auf jeden Fall ein guter Transfer von Manchester United für 2,4. Alex Robertson, auch ein junger Engländer. Da hat er es immer wieder versucht, mit Engländern zu spielen natürlich. Benjamin Bidau, auch ganz gut. So, Antone hat er dann verkauft. Mopai, das heißt, da hat er den Sturm ein bisschen umgebaut, oder? Ja. Wow, super Fähigkeiten eigentlich. Aber sehr, sehr viele Line. Was ist jetzt in der aktuellen Saison noch gemacht? Wir erinnern uns, Platz 8 ist er im Moment. Da hat er sich ein sehr interessantes spanisches Talent geholt. Nicht schlecht, cooler Typ. Arturo Valdez. Wow, auch ein sehr gutes Talent. Günstig von Gijon bekommen. Mats Blichfeld. Ich liebe solche Transfers. Vom FK Warnsdorf um 54.000. Und dann schaut euch die Fähigkeiten an. Natürlich unglaublich. Samuel Schusto. Guter, talentierter Portugiese. Dann Collins. Auch nicht uninteressant, weil der sich noch entwickelt. Vor allem die Fähigkeiten, die er braucht. Wenn man so sieht, die körperlichen Fähigkeiten hat er. Ja, Kraft könnte ein bisschen mehr sein. Aber Deckung 13, Tackling 14. Der Passwert und Ballannahme sind super. Ich würde den vielleicht sogar irgendwie versuchen, auf die 6 umzutrainieren oder so. Aber mit der Schnelligkeit, das ist auch der Hammer. Ja, cool. Musa Wogway. Den könnte man auch noch kennen. 35 Millionen Marktwert. Bin ich jetzt ehrlich gesagt, wenn ich die Werte anschaue, wieder ein bisschen hoch. Aber das sind halt diese englischen Marktwerte. Da ein Newgen. Lejan Sukic. Ich liebe das. So talentierte Serben und Kroaten in der Offensive. Ich finde, das hat einfach sowas. Wenn du da gut einkaufst, weil sie halt auch oftmals noch deutlich günstiger sind. Der gefällt mir auch gut. Ist halt für den Außenverteidiger jetzt nicht der Offensivstärkste. Könnte man vielleicht umschulen für die Innenverteidigung. Sprunghöhe könnte da ein bisschen höher sein. Aber er kriegt eine Höhe von 14 zusammen. Ich meine, das ist jetzt nicht so schlecht und wird super schnell. Deckelwert ist gut. Deckungwert ist gut. Kopfballtechnik ist okay. Naja. So, Feldmann. Was war da für eine Notiz? Zurückholen? Fragezeichen. Ja, das ist die Frage. So. Und da sehen wir halt wieder extrem viele Laien. Also, da würde ich halt auch massiv mal aussortieren. Weil, vielleicht versuchst du es ja auch und das klappt nicht so wirklich. Aber wenn du bei vielen Spielern siehst, dass da eh schon nichts mehr draus wird, dann schau doch, dass du dir das Geld holst und da was draus machst. Schauen wir jetzt mal auf die anderen Spiele. Übrigens hat mir jemand den Tipp von euch gegeben. Eigentlich natürlich nicht blöd, dass ich Sachen rausfilter, wie zum Beispiel die Liga-Spiele, damit man einfach gleich auf den ersten Blick alle Pokalwettbewerbe sieht. Aber eigentlich schauen wir ja nur auf das, kann man sagen. Und das ist ein super Tipp. Hier sehen wir, dass er es bis ins Finale des FA Cups geschafft hat und dort erst im Elfmeterschießen im ausverkauften Wembley an Manchester United gescheitert ist. Richtig bitter. Da hat er nur einen Elfmeter gemacht. Achso, Wellbeck wollte ich mir noch anschauen. Ja, hier 29 Tore, das müsste die Saison sein, wo er sich den Golden Boot geholt hat. Wahnsinn. Was man bei Wellbeck auch vergisst ist, dass der noch gar nicht so alt ist. Also ich meine, er ist jetzt zu Beginn des Spiels dann 30. Das ist wirklich nicht so tragisch. Also den kann man sich schon mal gönnen, wenn er, ich weiß gar nicht, ob der noch ablösefrei ist. Auf jeden Fall, was wir sehen ist vom Weg her, da war der stärkste Gegner wahrscheinlich waren die Wolves. An sich ist er ganz gut durchgekommen in der zweiten Saison. Ist er im FA Cup früh auch wieder im Elfmeterschießen gescheitert. Also Elferschießen, da sollte er auf jeden Fall trainieren. Auch hier im Elferschießen gescheitert. Dann sehen wir, er ist in die Champions League gekommen. Zenit, St. Petersburg, Napoli und Ajax. Eine Gruppe, die man durchaus packen könnte. Hat er auch gepackt. Hier sehen wir dann, dass er an Barca gescheitert ist. 2-1 hat er es geschafft zu Hause. Aber auswärts war er mit einem 0-4-Einstation. Viertelfinale der FA Cup war auch Schluss. Ja und das ist die aktuelle Saison. Lyon, Juve und Dortmund heftige Gruppe. Wir sehen aber, dass er Juve und Dortmund jeweils einmal besiegen konnte. Also vielleicht reicht es irgendwie für Platz 3 oder so. Könnte ich mir vorstellen. Da sehen wir, dass er im Viertelfinale League Cup ist und dritte Runde FA Cup gegen Grimsby Town. Ich finde es cool, so einen Safe herzuzeigen, wo er jetzt nicht alles gewonnen hat und mit Brighton die Champions League geholt hat, sondern einfach so ein ganz normaler Safe. Ein normaler, guter. Das hat auf jeden Fall auch was. So, wir sehen vom Kader her, dass er gefühlt nicht der größte Kader ist. Das ist jetzt nichts Dramatisches, glaube ich. Aber man darf halt nicht vergessen, englische Liga, dann die zwei Pokalwörtbewerbe und Champions League schon anstrengend. Was wir sehen ist auf jeden Fall, dass er einen großen Kern englischer Spieler hat. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Gut, dann sehen wir ein paar Exoten dabei. Zwei Australier, Argentinier, Brasilianer und einen Afrikaner aus Senegal. Musa wa graden, haben wir eh schon kurz gesehen. Wie schaut's vom Markt, wer hat er aus? Alexis McAllister. Der ist Argentinier? Ist ja cool. Ist ja cool, okay. Den kenne ich gar nicht. Sehr, sehr interessant. Super Werte. Dann sehen wir, dass der Eric Garcia und Renier dran sind. Ben White, der ist grad jetzt so teuer zu Arsenal gewechselt für über 50 Millionen. Also da bin ich auch gespannt, wie der sich machen wird, weil die Summe ist natürlich gewaltig. Und das ist dementsprechend wahrscheinlich auch die Erwartungen bei den Arsenal-Fans jetzt. Wie schaut's mit der Altersstruktur aus? Sehr gut. Also er hat hier schon viele erfahrene Spieler. Aber man sieht hier auf der Bank, Wellbeck kann's halt momentan noch nicht verkaufen. Louis Dunk hat er in der Innenverteidigung. Das kann man auch noch ein Jahr lang machen, finde ich. Matthew Ryan als Torhüter über 30 ist auch komplett wurscht. Cooler Typ. Sprunghöhe 11 würde mich ein bisschen stören, muss ich persönlich sagen, weil gerade wenn da die Flanken reinkommen, könnte der dann vielleicht ein bisschen unsicher werden mit der Zeit. Aber an und für sich ganz gut. Wir sehen sehr individuell die Taktik. Er versucht sehr offensiv zu spielen auf jeden Fall. Kurzes, schnelles Passspiel. Die Flanken versucht er früh zu schlagen und schießen bei freier Bahn. Das heißt er will viele Chancen kreieren und so schnell wie möglich abschließen. Bei Ballverlust gegen Pressing. Was natürlich auch Sinn macht, wenn ihr euch das so vorstellt. Die Außenverteidiger zum Beispiel schlagen sehr früh die Flanken vor. Wenn die nicht ankommen, dann kannst du genau in dem gegnerischen Drittel voll drauf gehen. Und dann idealerweise, wenn dieser frühe Flankenversuch nicht erfolgreich war, dort einen Ballgewinn haben und sofort wieder abziehen. Er versucht auf die Innenverteidiger zu spielen. Würde ich vielleicht eher auf die Außenverteidiger stellen, damit er eben noch häufiger zu diesen frühen Flanken kommt. Hier sehen wir kein sonderlich aggressives oder sonderlich hohes Pressing, was wir ja sonst oft sehen. Er versucht auf jeden Fall sehr breit zu verteidigen. Enger Decken ist an und im Duell auf den Beinen bleiben ist an. Gut, schauen wir jetzt mal auf die Spieler, beziehungsweise auf die Rollen. Wir sehen zwei Flügelverteidiger und wir ziehen zwei nach innen ziehende Stürmer. Das heißt, die ziehen nicht so auf diesen Zehnerraum, der ja eh besetzt ist, sondern eher hier so rein. Was natürlich auch Sinn macht, weil der Zehnerraum, wie gesagt, besetzt ist, damit sich die nicht so in die Quere kriegen. Und dann hast du zwei sehr offensive Außenverteidiger, die dann auch noch hinterlaufen sollen, nehme ich an. Hinterlaufen hat er nicht an. Das würde sich hier natürlich anbieten. Würde ich persönlich noch einstellen. Dann sehen wir, ja, Luis Tank ist ballspielender. Passt, denke ich, ganz gut. Schaut es mit den Außenverteidigen aus. Munoz haben wir gesehen. Offensiv stark auf jeden Fall. Nicht der Schnellste mit 13, aber ist okay. Auf der anderen Seite sehen wir einen sehr, sehr schnellen Antritt 20, Schnelligkeit 16. Dafür fehlt es da massiv an der Technik. Aber er macht wahrscheinlich halt viel durch diese unfassbaren körperlichen Werte wieder gut. Aber an der Technik, puh. Man sieht aber auch die Einschätzung, der Mitarbeiter liegt bei drei Sternen. Das heißt, der ist echt nicht so schlecht. Mentale Werte sind halt auch gut. Muss man halt schauen, ob man das noch irgendwie raufkriegt. Garcia ist für mich sogar der am Ball stärkere. Passen 14, Übersicht 14. Wir sind Technik 15. Also der ist definitiv am Ball stärker als Tank. Würde ich persönlich jetzt umstellen. Dann sehen wir zurückgezogenen Spielermacher. Franco Tongia. Ja. Kann man machen, denke ich. Ich finde es fast ein bisschen schade. Der hat einen Abschlusswert von 11, einen Weitschusswert von 13. Also fast ein bisschen schade, dass der da hinten wahrscheinlich nicht so oft zum Schießen kommt. Der hat nämlich auch diese Anweisung seltener schießen, weil das halt für die Rolle so ist. Dann sehen wir ihn hier nebenan. Ja, da haben wir ja schon gesagt, sehr aggressiv. Hat aber auch am Ball durchaus seine Vorzüge. So, wie hat sich Adam Locek entwickelt? Ja, super schnell. Mental gut, technisch gut. Ein Abschlusswert von 14 ist natürlich super. 11 Meter 14. Vielleicht hast du da jetzt endlich einen guten Elfmeterschützung geholt. Auf der anderen Seite sehen wir ihn hier. Ganz ähnlich an und für sich. Der bringt halt diese körperliche Wucht noch mit mit 1,95. Schon ganz cool. Also ich denke mal, wenn der so nach innen zieht und du kannst dann von links hinten so eine Flanke nach vorschlagen, ist schon ganz cool. Dann sehen wir natürlich den Wellback, der nach wie vor einfach stark genug ist körperlich. Grund Fitness 16. Also da muss nicht unbedingt tätig werden, nur schon langsam vielleicht so einen Ersatz aufbauen. Ihn finde ich sensationell. Ich bin wirklich begeistert. Also das ist einer, wenn man sich so die Spieler anschaut, dann ist das jetzt nicht vielleicht Weltklasse, aber internationale Klasse auf jeden Fall. Richtig stark. Dann Steele auf der Bank. Den kenne ich vom Sunderland, oder? Ja. Und zwar ist der Sunderland Doku. Kenne ich ihn noch? Boah, der ist echt nicht gut. Also Torhüter mäßig, wenn er es da noch wechselt zum Millwall. Also Torhüter mäßig musst du auf jeden Fall nachlegen, meiner Meinung nach. Dann hast du Ben White. Den würde ich persönlich mittlerweile statt Dank spielen lassen. Ist auch am Ball richtig stark. Das finde ich ganz cool. Das heißt, da macht schon Sinn, dass du dem Torwart sagst, der soll auf die Innenverteidiger abspielen. Dann muss er Wagure. Super. Sehr, sehr guter Backup. Also da kannst du fast gleichwertig ersetzen. Das ist schon schön. Dann haben wir den hier links hinten, der mir auch richtig gut gefällt. Okay, den wirst du aber nicht links hinten nehmen, oder? Tackling-Wert von 7. Ich weiß nicht, wer der linksverteidiger-Satz ist eher hier vielleicht. Wahrscheinlich. Ja. Aber auch nicht unbedingt der stärkste. Adam Lallana hast du noch dort. Boah, der hat körperlich jetzt schon richtig abgebaut, aber technisch und mental nach wie vor sehr, sehr gut. Dann Leandro Trossar. Woher kenne ich ihn denn? Ich nehme an, dass ich den wo gescoutet habe. Nicht schlecht, ja? Weitbeinig. Das heißt, er kann auf beiden Seiten die Jungs ersetzen. Das ist auch ganz cool. Dann sehen wir ihn hier. Andi Sekiri. Ja, solide. Kann auch im Flügel und Stürmer spielen. Den hat er momentan geliehen von Manchester United. Auch spannend. Finde ich interessant, warum dann Lampte spielt. Ja, gut. Die körperlichen Werte sind es halt wahrscheinlich. Dann, also March haben wir schon gesehen. Walton haben wir schon gesehen. Pröpper. David Pröpper. Könnte man auch kennen. Da finde ich die mentalen Werte halt einfach so genial. Bozumensa haben wir auch schon gesehen. Das ist halt jetzt auch ein Spieler, den man sich schenken kann, glaube ich, mittlerweile. Peter Quaggis. Peter Quaggis. Ein Australier. Das wäre dann wahrscheinlich der Rainier-Backup, wenn er von rechts nach innen zieht. Und ganz okay. Aaron Connolly. Ein Stürmer. Ja, was ich jetzt da grundsätzlich dazu sagen muss, ist Kaderplanungsmäßig würde ich auf jeden Fall schauen, dass du viel mehr Leihspieler losbekommst. Dann sollte es mit den Finanzen auch noch besser klappen. Du hast viel Transferbudget. Dafür, also da würde ich echt schauen, dass du die Backups verstärkst. Also da ist schon so, dass du da einiges aussortieren kannst und da viel noch liegen bleibt. Ansonsten finde ich es eigentlich sehr, sehr schön ausbalanciert. Du hast sehr ähnliche Spielertypen auf der Bank, wie wir zum Beispiel bei den Innenverteidigern gesehen haben. Das heißt, du kannst da gut ersetzen, ohne dass du die Taktik wechseln musst. Gefällt mir auch ganz gut. Finanziell bist du super aufgestellt. Das heißt eigentlich, ja, hätte man da vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen können. Schauen wir auf die Einrichtungen. Aber es ist halt echt bitter. Ich meine, selbst wenn du so gute Nachwuchsrekrutierung hast, kann es halt einfach trotzdem passieren, dass kein guter YouFintech kommt. Ist leider so. Erwann und für sich ein richtig schöner Safe. Also mir gefällt es total gut. Bin schon gespannt, was die Community so meint. Danke auf jeden Fall an dich fürs Schicken. Und dann kann ich eigentlich auch schon sagen, danke fürs Zusehen heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Gruß geht raus an alle Supporter mit der Mitgliedschaft und auf Patreon. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns morgen bei den FM-Videos wieder. Ich gehe jetzt mal frühstücken, weil es ist gerade Sonntag. Und irgendwie habe ich mich noch schnell beeilen müssen, dass das Video rechtzeitig online geht. Und dann werde ich Nizza weiter aufnehmen. Ich freue mich schon. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.